Ein grauer Himmel über Deutschland, hier über Sylt und das wird sich jetzt ändern in den nächsten Tagen. Donnerstag sieht das so aus. Erstmal viel Sonnenschein in weiten Teilen Deutschlands. Das ist ein richtiger Tag, um nochmal Licht zu tanken. Das ist ja in diesen eher kurzen und dunklen Tagen nicht immer möglich. Nur ganz an der Nordsee, beziehungsweise hier ganz im Westen, da zieht schon ein Tief auf. Das wird aber auch erst so am späteren Nachmittag hier ankommen mit Regen. Vorher die Temperaturen nochmal 10 Grad hier im Nordwesten, 9 Grad am Oberrhein und nur hier in den Nebelgebieten an der Donau. Da bleiben es an die 3 Grad. Und wo kommt die Strömung her? Aus Südwesten natürlich, von Spanien erstmal die milde Luft und es ist auch sehr, sehr windig. Wir haben hier dieses krasse Windfeld über der Nordsee. Da sind Sturm- bis Orkanböen drin. An der Nordsee selber sind es noch Sturmböen. Dann wird es auch immer windiger. Hier auf den Mittelgebirgen, da haben wir auch stürmische Böen. Und jetzt schauen wir dann den Freitag an. Da hat die Strömung komplett gedreht. Nicht mehr aus Spanien kommt die Luft, sondern vom Polarmeer. Und da bekommen wir dann natürlich einiges ab. Der Wind gleich vorweg. Hier an der Küste ist er immer noch stürmisch. Und auf den Mittelgebirgen, da sind auch wieder stürmische Böen dabei. Und dann haben wir einiges an Schauern. Und Sie sehen es, das ist dann mehr und mehr Schnee. Schauen wir uns das mal genau an. Die Front, die erste Front, die uns überquert, die bringt dann vor allem in den südlichen Mittelgebirgen Schnee. Und auch Richtung Sachsen. Da wird es glatt auf den Straßen. Seien Sie da vorsichtig. Und dann kommt gleich eine zweite Front hinterher. Das sind die Gebiete von Westen hier rüber bis etwa in die Mitte Deutschlands auf den Höhen. Also dann hier auch wieder Glättegefahr durch Schnee und Eis. Und in der Nacht auf Samstag. Da ist es dann überall frostig, sprich also rutschig. Der Samstag dann nicht mehr ganz so windig. Aber dafür haben wir noch einzelne Schneeschauer. Da kommt dann auch mal die Sonne raus. Aber es ist winterlich. Und dann kommt die Sonne raus.